Hi Leute, herzlich willkommen bei Kayak Guru. Ich bin Patrick, Inhaber von Kayak Guru. Wir stehen heute hier vor dem SeaWorld Discovery, einer unserer absoluten Topseller. Mehrfach verkauft, wahnsinnig viele Boote dieses Jahr schon an Mann gebracht. Was ist an diesem Kajak so besonders? Warum ist es höchstwahrscheinlich auch für dich geeignet? All das gehen wir jetzt hier in diesem Video durch und natürlich auch so ein kleines bisschen die Vor- und auch die Nachteile von dem Boot und wie das halt so alles funktioniert. Grundlegend einmal ganz kurz ein paar allgemeine Sachen zum Boot. Also das Kajak ist 4,30 Meter lang und ist eigentlich, wenn du so siehst, die eierlegende Wollmichsau auf dem Kajakmarkt. Das hat ein super Preis-Leistungs-Verhältnis. Kaum ein Kajak ist so gut ausgestattet für den Preis unter 1.000 Euro. Wir haben es bei uns in der Vermietstation, es ist bei uns in dem alltäglichen Gebrauch. Auch Leute, die überhaupt gar keine Ahnung oder keine Grundkenntnisse vom Paddeln haben, kommen bei diesem Boot total auf ihre Kosten. Die Leute loben, dass das super Anfänger stabil ist, also halt auch kippsicher beim Einsteigen und halt auch beim Fahren, was natürlich auch sehr wichtig ist und zudem halt auch das enorm gute Sitzverhalten. Also du kannst bei diesem Boot durch diese Länge im Cockpit auch mal die Beine mit anwinkeln, sodass du jederzeit halt auch bequem sitzen kannst. Neben der Kippstabilität ist das Boot auch schnell, also für ein 4,30 Meter Boot doch schon sehr, sehr flott unterwegs, aber auch bei der absoluten Endgeschwindigkeit dennoch sehr, sehr kippstabil. Also dieses Kajak ist für den normalen Alltagspaddler, sage ich jetzt mal, super geeignet. Wenn du so ein kleines bisschen mal ein, zwei Paddelschläge gemacht hast, kommst du hier auch auf deine Kosten. Also runtergebrochen vom Anfänger bis zum fortgeschrittenen Bereich ist dieses Boot wirklich gut geeignet. Und wir hatten einen Kunden drin gehabt, der war 1,90 ungefähr groß. Der hat auch noch wunderbar reingepasst, würde ich aber auch dahingehend gerne abgrenzen wollen. Sagen wir jetzt mal ab einer Körpergröße von 1,70 bis 1,90 passte wunderbar hier rein. Die Gesamtzuladung sollte so um die 150 Kilo betragen bei dem Boot. Das heißt, wenn du jetzt so, ich habe jetzt durch die Corona-Krise auch ein kleines bisschen zugelegt, ich bin jetzt auch bei 95 ungefähr, also so 95, 100 Kilo. Dann hast du noch, sagen wir mal, 15, 20 Kilo Zuladung. Dann bist du auf der sicheren Seite und hast halt einen schönen Tagesausflug. Grundlegend ist dieses Boot für alle Gewässer geeignet. Also du kannst damit jetzt auch in küstennahen Gewässern, also offene Gewässer Ostsee, mit unterwegs sein. Aber auch hier jetzt bei uns in der Region ist zum Beispiel die Havel unser Hausgewässer. Und da ist das Boot perfekt für geeignet. Also wenn du jetzt so kleinere Flusswanderungen auch vor hast, auch mal irgendwie ein Wochenende unterwegs sein willst, kann ich dir dieses Boot wirklich nur sehr, sehr ans Herz legen. Wenn du jetzt auf der Ostsee unterwegs sein willst und willst hier Inselhopping mit Spiekeroog, Wangerooog machen und so weiter und so fort, vielleicht nicht ganz so gut geeignet dafür. Und würde ich dir auch eher zu raten, dass du dir noch mehr grundlegende Kenntnisse aneignest, wenn du so eine Tour vor hast. Für die normalen Tagesausflüge oder auch für ein verlängertes Wochenende ist dieses Boot wirklich Bombe. Also kann man gar nicht anders sagen. So, gehen wir mal so ein bisschen an das Boot ran. Was hat dieses Boot alles? Was kann dieses Boot alles? Fangen wir jetzt hier am Cockpitbereich an. Also das Cockpit ist sehr, sehr großzügig geschnitten. Also das ist sehr lang, hat auch eine schön angenehme Breite. Und der Sitz geht halt in so einer kleinen Wölbung noch mit zusammen, sodass du halt auch, wenn du jetzt halt einen normalen Körperbau hast, dennoch auch ziemlich fest im Sattel sitzt. Du kannst hier an dieser Leine, kannst du dir hier auch noch die Rückenlehne ein Stück weit vor oder halt auch zurückziehen. Die halt auch schön straff ziehen. Und hier anhand von dieser kleinen Klammer, die das befestigen. Neben der Rückenlehneinstellung finden wir hier auch die sogenannten Schenkelstützen. Wie man sehen kann, hier sind verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. Das bedeutet, wenn du jetzt etwas länger gewachsen bist oder halt auch etwas kürzer, kannst du dir hier auf dieser Skala die Schenkelstützen ganz bequem entweder weit davor oder halt auch zurückziehen oder sie auch komplett rausnehmen. In dem Fall, wenn du sie rausnimmst, musstest du diese beiden Schrauben hier lösen, dir vorne in den Silrand mit reinschrauben und dann kannst du sie auch komplett rausnehmen. Also wenn du dich ein bisschen unwohl fühlst oder vielleicht dein Oberschenkel ein kleines bisschen mehr Platz benötigt oder du beim Ein- und Aussteigen vielleicht nie Probleme hast oder desgleichen, kannst du dir auch einfach rausnehmen. Also es ist da total flexibel. Im Innenraum des Bootes haben wir natürlich auch unsere Fußrasten. Und diese Fußrasten könnt ihr euch anhand von einer kleinen Einstellung in der Fußraste einmal lockern und dann die ganze Fußraste nach vorne ziehen. Hier wird mit Umlenkrollen gearbeitet an den Fußrasten. Das bedeutet, vorne ist ein Stahlseil im Übrigen, was hinten zur Steueranlage geht, ist vorne befestigt, geht über zwei Umlenkrollen und geht dann nach hinten zur Steueranlage. Das bedeutet, jedes Mal, wenn du die Fußraste verschiebst, musst du nicht irgendwie noch rumfummeln und das Stahlseil dir irgendwie dahin packen, wo es irgendwie nervt. Sondern das ist halt immer straff und kannst es auch während der Fahrt einmal kurz irgendwie korrigieren. Oder wenn du irgendwie mal den kleinen Jungen fahren lässt, ziehst du sie einfach nach vorne und das kann sofort weitergehen. Das ist ziemlich cool gemacht. Soweit erstmal alles zu dem Cockpit. Ich setze mich auch gleich nochmal rein. Meine Körpergröße ist 1,88 und dann könnt ihr auch gleich nochmal einen Überblick verschaffen, wie ich halt mit meinen Beinen mit reinkomme. Vielleicht erkennt ihr euch so ein Stück weit wieder. Wenn ihr in dem Cockpit drin sitzt, habt ihr hier vorne die Tagesluke. Diese Tagesluke kann man ganz einfach hier aufdrehen, runternehmen. Und hier habt ihr einen großzügigen Sack, wenn man jetzt hier mal so auf meine Hand drauf schaut. Der ist hier vorne befestigt, sodass der halt auch nicht wiederum im Fußraum zwischenbaumelt. Also es gibt natürlich irgendwelche Kajaks, da hast du so eine fest einrotierten Tagesluken, die dich dann wahrscheinlich irgendwie in dem Beinbereich behindern. Hier ist ein Neoprensack mit drin und dieser Neoprensack ist halt hier vorne befestigt, sodass der wirklich so ein Schlauch, der ja halt direkt unter dem Deck mit befestigt ist, sodass der euch auf gar keinen Fall behindert. Das heißt, hier vorne packt ihr ganz einfach euer Telefon mit rein, euer Schlüssel, die Kamera, irgendwas dergleichen. Dann habt ihr halt hier diese Möglichkeit, das anhand mit diesem Deckel wieder festzudrehen und dann ist alles klar. Ja, hier haben wir noch ein bisschen Deckbespannung. Das heißt, wenn ihr jetzt hier mit diesem kleinen Fach nicht ganz so zufrieden seid, könnt ihr euch einen wasserdichten Packsack nehmen oder halt auch so ein Bag, den ihr halt hier oben noch mit festmachen könnt. Die sind dann auch wasserdicht. Vielleicht einfach unterschieben oder vielleicht habt ihr irgendwas vom Fahrradfahren, was man da noch mit ranpacken kann. Da sind ja die Möglichkeiten alle offen. Und hier vorne haben wir nochmal eine etwas kleinere Gepäckluke, die auch wiederum abgeschottet ist. Also das Boot ist allgemein in drei Elemente abgeschottet. Einmal im Cockpitbereich, einmal im vorderen Bugbereich und einmal im Heckbereich. Habt ihr überall hier in diesem Segment eine Schottwand mit drin und diese Schottwand sorgt nicht nur dafür, dass euer Gepäck immer schön trocken bleibt, sondern halt auch, dass im Falle einer Kenterung halt nicht das ganze Boot irgendwie unter Wasser ist und ihr dann schwer am Rumpuckeln seid. Und hier vorne, also hier ist halt die Schottwand und hier vorne passt halt auch bis vorne an die Spitze ein kleineres Zelt rein, Tagesgepäck, wie auch immer. Hinten gehen wir jetzt mal gleich mit ran, ist die Luke ein bisschen größer, also da passt auch mehr ran. Hier vorne auch wiederum ein kleines Gummiband. Das heißt, wenn ihr jetzt irgendwie ein Zelt habt oder einen Campinghocker oder was auch immer ihr gerne mitnehmen wollt, könnt ihr halt auch längere Gegenstände hier oben, sprich hier vorne, mitunter klemmen lassen. Diese kleinen Luken, kleiner Tipp, am Rande immer so ein bisschen im Uhrzeigersinn drehen. Und ich persönlich, es gibt Leute, die drücken da irgendwie flach drauf, ich persönlich gehe halt immer im Uhrzeigersinn und klappe mir mit den Fingerspitzen das hier so ein kleines bisschen rüber. Und drückt dann mit der anderen Hand nach und so kriegt man auch die ovalen Luken auch richtig zu, zeige ich euch jetzt. Bevor wir hinten bei der Luke weitermachen, noch einmal ganz kurz zum Allgemeinboot. Hier ist noch eine Routenhalterung mit installiert. Das heißt, wenn ihr jetzt irgendwie Schleppangeln wollt oder halt auch irgendwie allgemein angeln wollt oder, 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 könnt ihr hier hinten eure Routenhalterung einfach mit reinnehmen. Die ist vom Werk aus mal mit installiert. Kann man hier auch wieder zumachen. In dem Fall, wenn man es nicht braucht. Zu eurer Rechten habt ihr unsere, oder die Steuereinheit. Für diese Steuereinheit müsst ihr hinten an der Steuereinlage einmal diesen kleinen Sicherheitsnippel abmachen. Der ist wichtig für den Transport, wenn ihr so auf dem Autodach zum Beispiel transportiert, also euch das nicht hinten irgendwie rumklappt. Das einmal entsichern, am besten vor der Fahrt. Und dann habt ihr hier diese beiden roten Nippel. Und wenn ihr die einmal hier nach vorne, sprich nach hinten zieht, klappt ihr damit das Steuer runter. Und genau so könnt ihr es halt auch wieder hochziehen. Um das halt gegen Ungewolltes runterlassen zu sichern, habt ihr hier auch noch so eine kleine Schlaufe. Dann passiert nichts. In dem hinteren Bereich habt ihr hier auch wiederum Deckbespannung. Also hier, da könnt ihr auch wieder euer Zelt mit draufpacken. Alles möglich. Also ihr kriegt hier echt viel Zeug in diesem Boot. Hier haben wir die große Ladelucke. Die nehmen wir einmal runter. Und hier habt ihr halt die Schottwand in diesem Bereich hier ungefähr. Und dann halt auch hinten diesen kompletten Heckbereich. Also hier könnt ihr dann Tatsache auch das Zelt hinten reinpacken. Den Kajakwagen rein, wobei der Kajakwagen wahrscheinlich hier vorne ein kleines bisschen besser aufgehoben wäre. Aber hier geht halt richtig was rein. Also wenn du da mal irgendwie auch Bock hast, spontan jetzt an der Müritz oder im Spreewald mal eine kleine Runde zu drehen, ist das halt sehr, sehr ausreichend. Man vergleicht das ja immer so ein Stück weit mit dem Reisekoffer. Und wenn du jetzt unterwegs bist und dein eine Woche Griechenland-Urlaub jetzt mal wegen gebucht hast, dann hast du in der Regel so deine 20 Kilo, sage ich jetzt mal mit. Und beim Kajakfahren in der Regel nicht. Also wenn du jetzt hier Luxus-Kajak-Urlaub machst mit Zickzack und was weiß ich was alles, kommst du da wahrscheinlich schon hin. In der Regel ist man ja sehr spartanisch unterwegs und hat vielleicht Zelt, so einen kleinen Gaskocher und ein bisschen Wechselschlippi mal irgendwie mit. Und das passt hier alles wunderbar rein. Deswegen auch eine sehr großzügig ausgeschnittene Luke, sodass du da halt auch wasserlichte Packtaschen mit reinpacken kannst oder oder oder. Lukendeckel ist ein kleiner Nachteil, muss man dazu sagen, bin ich ganz, ganz ehrlich. Diese Lukendeckel sind vom Werk aus nicht gesichert. Wir hatten das bei uns an der Verleihstation jetzt leider schon zwei, dreimal gehabt, dass die Kunden den Lukendeckel nicht richtig zugemacht haben. Und der dann unterwegs abgehauen ist. Habe ich schon bei SeaWorld so ein bisschen mal angedacht, versuchen sie irgendwie eine Lösung mitzufinden. Ist jetzt aber auch nicht sonderlich schlimm. Wir haben das jetzt bei uns an der Verleihstation. Hier habt ihr extra so eine Lasche. Und in dieser Lasche haben wir mit so einem Gürtel-Lochknipser, keine Ahnung wie das richtige Wort dafür heißt, haben wir uns hier einfach ein Loch reingemacht und mit einem Seil sind wir dann hier und durchgegangen, dass halt der Deckel gesichert ist. Das ist ein kleiner Nachteil, wenn man es so sieht. Ist jetzt aber nichts sonderlich Schlimmes. Zum Deckel. Zugegebenermaßen auch so ein Kajakdeckel. Diejenigen, die sich schon mal so einen Kajak gekauft haben oder auch mal so einen Deckel aufgeknipsert haben, das ist immer so ein kleines Hexenwerk. Aber nicht verzagen, Kajak-Guru-Fragen. Auch hier wiederum im Uhrzeigersinn. Und die eine, den Deckel so ein kleines bisschen ranklappen und mit der rechten Hand mache ich es dann, gehe ich dann hier im Uhrzeigersinn einmal mit rüber. Vorzeugeeffekt. Klappt auch nicht immer. Also einmal so ein kleines bisschen hier die Grundform drin haben. Und dann könnt ihr euch hier anhand von dem Deckel ein bisschen vorarbeiten. Man muss auch sagen, umso jungfräulicher so eine Kajakluke ist, umso mehr Fummelkram ist das. Kennt der ein oder andere? Aber die geben auch mit der Zeit ein bisschen nach. Aber wenn man das hier ein bisschen mit Geduld macht, dann geht das so. Immer auch schön achten. Jetzt habe ich es hier ein kleines bisschen schief gemacht. Also umso gerader ihr den Deckel schon von Anfang an drauf legt, umso einfacher ist es. Jetzt ist der hier schön dicht. Und zum Öffnen hier einfach an der Lasche ziehen und dann kannst du es halt wieder hoch machen. Dein Zeugs reinpacken. Nochmal mache ich es nicht. So, hinten hier ist die Steueranlage. Also, Steueranlage ist halt hier dieses kleine Ruderblatt. Und, wie ich eingangs schon gesagt habe, diese Steueranlage ist mit so einer kleinen Klammer hier gesichert. Und das bitte immer bei der Fahrt hier oben mit rüberklammern. So ist sie halt wirklich fest und da klappert irgendwie nichts hin. Da kann nichts ausschlagen, kann nirgendwo gegen ditschen. Also immer, wenn die halt nicht benutzt wird, diese kleine Klammer drauf machen, dann ist alles safe. Ist auch eine sehr hochwertige Steueranlage. Also auch gerade mit diesen Stahlseilen, die hier verbaut sind, macht auch nicht jeder Hersteller. Aber diese Stahlseile können halt nicht durcheiern. Ihr habt natürlich manche Bootshersteller, die haben das so mit geflochtenem Stoff und hier und da und tralala. Und gerade wenn halt hier viel Bewegung drin ist, rappeln die mal ganz gerne auf. Das kann über so einem Stahlseil nicht passieren. Falls doch gibt es sowas in jedem handelsüblichen Baumarkt. Also ich muss es persönlich noch nie tauschen, Gott sei Dank. So, weil wir halt auch immer öfter gefragt werden, wie steigt man denn irgendwie auch ins Kajak ein und wieder aus. Wir geben auch grundlegend auch Kurse, die größtenteils auch in den Discovery-Kajaks oder auch in dem Natsack durchgeführt werden. Hier hinten ist halt diese Schottwand, die ich eingangs schon erklärt habe und da kann man sich halt auch draufsetzen. So und jetzt beide Beine rein. Dann kannst du dich einfach ganz bequem hier ins Kajak reinsetzen. Und wie man sehen kann, kann ich halt auch mal die Beine anwinkeln. Also hier ist noch massig Platz vorne. Das gefällt mir persönlich bei dem Boot sehr gut. Und jetzt sieht man halt, wenn du beide Beine anwinkeln möchtest, müsstest du rein theoretisch hier die Schenkelstützen mit rausnehmen. Aber ab und zu mal kurz so ein kleines bisschen entspannt irgendwie drin sitzen. Vielleicht hat der eine oder andere auch mal irgendwie Probleme mit dem Knie. Das ist vielleicht eine Demonstration, wie gut man das mit der Hüfte unter Kontrolle bekommt. Also man hat hier wirklich einen bombastischen Halt in der Büchse und kann auch zu Hause ein bisschen Training machen. Auch im Winter ist gut für die Rumpfmusklattung. So Leute, wir haben jetzt hier ein kleines bisschen in und her geschaukelt und haben mal gezeigt, was das hier für ein geiles Stück PE ist. Und ich hoffe, ich konnte euch so ein kleines bisschen das Boot schmackhaft machen. Ihr seid jederzeit bei uns herzlich willkommen, das Boot auch zu testen. Also wir haben nicht nur einen Shop hier in der Nähe von Berlin, sondern halt auch die Verleihstation. Da könnt ihr das unter reellen Bedingungen auch gerne testen. Unser Shop ist ebenfalls direkt am Wasser. Aber wenn ihr auch das mal so für einen halben Tag mal ausprobieren wollt mit der ganzen Family, kommt einfach zu uns zur Verleihstation, testet das ausgiebig. Da könnt ihr das kaufen. Wir haben es in allen verschiedenen Farben auf Lage. Das ist vielleicht nochmal wichtig. Also wir haben es hier in Grün, in Rot und in Gelb. Das sind die verfügbaren Farben, die von Seabird immer angeliefert werden. Andere gibt es leider nicht. Ich persönlich finde das Grün hier wirklich toll, aber auch Rot. Gelb muss man natürlich immer so ein Stück weit sehen. Ist nicht jedermanns Sache, wenn du jetzt gerade bei der Post arbeitest, bist du vielleicht nicht so ganz happy über ein gelbes Boot. Aber auch Gelb ist schön. Fällt natürlich auch immer auf. Ist natürlich auch ziemlich ein Sicherheitsaspekt, wenn du jetzt irgendwie auf dem Wasser unterwegs bist. Gelb fällt halt immer ins Auge und ist halt sicher vor Motorbooten. Also sicher. Idioten das natürlich immer. Ja, so viel dazu. Unten werden unsere Kontaktdaten mit eingeblendet und dann freuen wir uns, euch hier bei uns begrüßen zu dürfen. Macht's gut. Was denn?